Ich glaube, dass es heute Wahnsinn war, was hier im Stadion los war, dass die Mannschaft das einfach sehr, sehr gut aufgenommen hat, daraus sehr viel Energie gewonnen hat und dann in einem sehr guten Spiel gestartet hat. Ich war überrascht, dass es so viel wird, mein erstes Derby. Und dann war ich froh, dass wir gut starten, nach 5 Minuten mit 2 zu 0. Dann war es ein bisschen einfacher Spiel. Ja, ich glaube, dass wir unfassbar effizient waren, die ersten fünf Jahre mit den zwei Toren direkt. Besuch ich jeden Tag mal gesucht. Ja, ich versuche immer mehr, um in der Gretchen zu spielen, um eine gute Auslabe zu drihenden und dann das erste Mal sie überrascht. Und dann auf der zweiten Mal das Ball, dann passen wir Rund und dann wird er das Center auf der Jean. Ja, es ging in der ersten Halbzeit insgesamt sehr, sehr viel über links, von daher hatte ich in der ersten Saison keinen Ball, der Ball fällt dann vor meiner Füße, ich schießt. Ja, mit meinem ersten Ballkontakt, der wird noch leicht abgefälscht, das ist mein erstes Tor für die Portuna, aber es ist ein sehr, sehr glücklicher Moment. Okay, in der zweiten Halbzeit, wir hatten etwas Glück, und Gruven hat mir die perfekte assist, um zu scoren, das Doppel. Ja, es ist ein sehr, 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 sehr. Es war fantastisch, nur ein schlechtes Mal ist, dass wir die 3-1-2 einen bisschen zu Milegeln ein bisschen zu schnell, und auch das 4-1-1 scoren haben. Im Endeffekt müssen wir vorne die Tore schießen und hin dürfen wir nicht so viel Chancen zu lassen. Aber wir haben ein Dreims gewonnen im Derby, wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um den Neues-Spiel vorzubereiten. Aber natürlich mit einem 3-1 ziehen, lässt sich gut fein.